Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute kommen wir zu einem Smartphone, auf das ich mich persönlich schon ziemlich freue, nämlich das neue Motorola Moto X oder Moto X 2014 oder Moto X Second Gen. Nennt es wie ihr wollt, es wurde auf der IFA 2014 schon mal gezeigt, da konnte ich es mir anschauen und war ziemlich begeistert. Und jetzt schauen wir uns eben erstmal an, was sich so alles im Lieferumfang befindet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Die Verpackung hat sich so auf den ersten Blick eigentlich auch kaum verändert, zumindest so wie ich das in Erinnerung habe. Wir sehen hier auch Moto X, das Motorola Logo, an der Seite steht nochmal Moto X. Hier haben wir ein Siegel und ja, wenn man das so sieht, möchte man fast meinen, das wäre das Moto X der ersten Generation. Wenn wir jetzt aber mal hier unten schauen, dann steht da eben nochmal Second Generation. Also das ist eigentlich das einzige Merkmal, woran man das Ganze so erkennen kann. Auf der Rückseite auch nichts Besonderes. Deshalb würde ich sagen, wir machen das Ganze jetzt auch mal auf. Wir haben auch nochmal hier dieses schöne bunte Muster gesehen, das man so von Motorola erkennt. Wir schneiden hier gleich mal das Siegel durch. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Das hat es und machen das Ganze gleich mal auf. Zum Vorschein kommt als erstes gleich mal das eigentliche Smartphone, das neue Moto X. Das, so werde ich es jetzt in Zukunft einfach nennen, nicht Moto X 2014 oder Moto X 2, wie auch immer, einfach das neue Moto X. Das legen wir kurz zur Seite, schauen wir uns dann gleich noch etwas genauer an. Aber hier ist noch mehr mit dabei. Wir haben zum einen so ein kleines Booklet, da wird vermutlich das Übliche mit drin sein. Ach, das macht man hier auf der Rückseite auf. Ist ähnlich wie bei Apple. Ich will es nur nicht zerstören. Also Motorola erste Schritte, intelligent, geschützt. Ich denke auch Sicherheitsinformationen werden da noch dabei sein. Aber sonst eben nichts Besonderes. Keine Sticker oder dergleichen, wobei die braucht man natürlich auch nicht. Außerdem haben wir hier unser Netzteil. Und das ist wie beim Vorgänger etwas Besonderes, denn ihr seht hier schon, wir haben hier zwei USB-Ports. Heißt, ihr könnt zwei Geräte gleichzeitig laden. Finde ich sehr, sehr cool. Das sollten meiner Meinung nach alle Hersteller so machen. Ihr seht, das ist in weiß gehalten. Wenn ihr euch das Gerät über den Moto Maker zum Beispiel holt, könnt ihr das aber meines Wissens sogar auswählen, ob es schwarz oder weiß sein soll. Dazu aber dann später noch mehr. Mit dabei ist außerdem ein ganz normales, klassisches Micro-USB auf USB-Kabel auch in weiß, wie ihr das hier sehen könnt. Und last but not least haben wir auch noch so ein schönes SIM-Eject-Tool. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Ob das wieder so schön ist wie beim ersten Moto X. Ihr seht es, da hat man sich auch wieder Mühe gegeben. Wir haben hier das Motorola-Logo, eben kein ganz normales SIM-Eject-Tool. Und damit könnt ihr dann eben den SIM-Karten-Slot ganz normal auswerfen und eure SIM-Karte einlegen. Das war es vom Lieferumfang. Ziemlich spärlich. Wir haben keine Kopfhörer dabei, wie wir das auch schon vom Moto X des letzten Jahres oder vom Moto G kennen. Muss meiner Meinung nach aber auch nicht sein. Die sind meistens eh nicht so die besten. Da senkt man dann lieber den Verkaufspreis zumindest etwas. Denn seien wir mal ehrlich, die Kopfhörer zahlt man auch einfach mit. Das war es vom Lieferumfang. Das ist also das neue Moto X. Ich würde sagen, wir fangen direkt gleich mal mit den Abmessungen an. Zuvor nehmen wir hier aber diese Display-Schutzfolie ab. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Das ist ja immer so der schönste Moment bei einem Unboxing. Wir haben hier etwa 141 x 72 mm. Wer ungefähr so die Abmessungen der Konkurrenz im Hinterkopf hat, zum Beispiel vom HTC One M8, der wird wissen, dass das gar nicht mal so viel ist. Also zumindest im Vergleich. Wir haben hier auch noch das iPhone 6. Das halte ich euch jetzt einfach mal hier direkt daneben. Dann seht ihr schon, das iPhone ist zwar minimal kompakter, hat dafür aber auch nur ein 4,7 Zoll Display. Beim neuen Moto X hingegen haben wir ein 5,2 Zoll Display, wenn auch mit Onscreen-Tasten. So nur mal, um sich in etwa vorstellen zu können, wie groß das Ganze ist. An der dicksten Stelle haben wir 9,9 Millimeter, an der dünnsten allerdings nur 3,8 Millimeter, weil wir eben wieder so ein nach außen hin abgeründetes Design haben, wie man es zum Beispiel auch vorm HTC One M7 oder One M8 kennt. Das Gerät wiegt dann 144 Gramm. Das ist ein sehr, sehr passendes Gewicht, wenn ihr mich fragt. Nicht zu schwer, nicht zu leicht, gefällt mir auf jeden Fall. Wir haben außerdem wieder sehr, sehr dünne Display-Ränder und dadurch ist es eben möglich geworden, dass es noch relativ kompakt ist, obwohl man ein 5,2 Zoll Display hat. Hier oben und hier unten haben wir größere Ränder, aber an der Seite sind sie relativ dünn. Oben und unten haben wir aber jetzt auch Stereo-Front-Lautsprecher. Das war beim Vorgänger nicht so. Die nehmen natürlich auch etwas Platz weg. Sieht man aber, denke ich, hier dann doch relativ deutlich. Ansonsten haben wir hier ein 5,2 Zoll großes AMOLED-Display, das nun mit Full HD auflöst, also 1920x1080. Beim Vorgänger war es ja noch nur HD, also 1280x720. Hier haben wir dann also 423 Pixel per Inch. Das Display wird von Corning Gorilla Glass geschützt. Corning Gorilla Glass der dritten Generation. Wir haben eine 2 Megapixel Frontkamera, hier die Hörmuschel, dann eben die Stereo-Front-Lautsprecher und auch noch keinerlei Touch-Sensitive oder physische Tasten. Ich habe es ja schon erwähnt, das neue Moto X setzt auch wieder auf On-Screen-Tasten. Das war es eigentlich so von der Vorderseite. Schauen wir uns das Gerät von der Seite etwas genauer an. Wir haben hier einen Aluminium-Rahmen. Das ist auch eine relativ große Veränderung im Vergleich zum Vorgänger. Sieht dadurch deutlich hochwertiger aus. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich mag Aluminium. Auf der Unterseite haben wir den Micro-USB-Anschluss. Wie gesagt, die linke Seite, die ihr eben gesehen habt, ist blank gehaltener. Auf der rechten Seite dann die Tasten für lauter und leiser. Und natürlich der Power-Button, die bestehen auch aus Aluminium, scheinen ganz gut verarbeitet zu sein. Zumindest so vom Ersteindruck. Auf der Oberseite der 3,5 mm Klinkenanschluss in der Mitte. Und ein Nano-SIM-Slot. Solltet ihr also beachten, wenn ihr euch das Gerät holt, dann benötigt ihr eben einen Nano-SIM. Damit wären wir jetzt bei der Rückseite angelangt. Motorola setzt hier auf gummierten Kunststoff. Das Ganze ist matt gehalten. Man sieht Fingerabdrücke leicht, aber nicht so stark. Das geht auf jeden Fall schon in Ordnung. Aber das hier ist eben das ganz normale, standardmäßige schwarze Modell. Das weiße Modell kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit einer Bambus-Rückseite. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Gerät zu personalisieren. Dafür gibt es den Modo Maker. Da könnt ihr dann Dinge wie das Material der Rückseite auswählen. Es gibt, wie gesagt, Kunststoff in vielen verschiedenen Farben. Es gibt Bambus und es gibt auch Leder. Das ist neu mit dabei. Dann kann man auch Akzente auswählen. Hier zum Beispiel im Bereich um das Motorola-Logo. Das kann man dann zum Beispiel gelb machen oder rot machen. Ziemlich nett. Kostet 529 Euro für die 16 GB Version. 579 Euro für die 32 GB Version. Die ist auch nur exklusiv über den Modo Maker verfügbar. Das hier ist die normale 16 GB Version. Die kostet dann eben 499 Euro. Aber so 30 Euro Aufpreis für diese Individualisierungsoptionen, die wir beim Modo Maker haben, finde ich persönlich nicht zu viel. Aber ja, 499 Euro ist natürlich teurer als das alte Moto X. Das muss man auch sagen. Dafür haben wir hier eben auch eine etwas bessere Hardware. Wir haben außerdem eine 13 Megapixel Hauptkamera mit einer solchen Ring-LED. Die soll deutlich überarbeitet worden sein im Vergleich zum Vorgänger. Eine Blende von f2.25. Also doch auch relativ lichtstark. Videos können nun in 4K aufgenommen werden. Das dürfte sicherlich auch einige interessieren. Den Speicher könnt ihr leider nicht erweitern. Deshalb schon alleine würde ich irgendwie so zum 32 GB Modell tendieren. Denn 16 GB ist nicht allzu viel. Gerade wenn man plant, das Gerät auch längerfristig zu verwenden. Ansonsten haben wir einen 2300 mAh starken Akku. Der leider fest verbaut ist, wurde auch nur um 100 mAh verbessert im Vergleich zum Vorgänger. Es ist so jetzt im Vorfeld meine größte Befürchtung, dass die Akkulaufzeit nicht allzu gut ist. Aber da will ich mich einfach mal überraschen lassen und dann nicht schon im Vorfeld irgendwie Panik schieben. Ersteindruck ist wirklich ziemlich gut. Das Gerät liegt super in der Hand. Durch diesen Aluminiumrahmen gefällt es mir auch sehr sehr gut, weil es sehr hochwertig wirkt. Und durch dieses rundliche Design passt es sich einfach sehr sehr gut der Hand an. Ich würde sagen, wir schalten es jetzt mal ein. Und während es hochfährt, gebe ich euch natürlich wie immer die restlichen technischen Daten durch. Als Plattform haben wir Android 4.4. Natürlich wieder fast Stock Android, wie man das eben von Motorola kennt. Außerdem gibt es ein garantiertes Update auf Android L, auch nicht zu verachten. Als SoC, den Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core mit 2,5 GHz je Kern. Dazu 2 GB Arbeitsspeicher sowie LTE, also Long-Term Evolution. Ich hoffe, ihr habt die schöne Boot-Animation von Motorola gesehen. Es sieht meiner Meinung nach immer wieder toll aus. Das war es vom Unboxing des neuen Moto X. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zu diesem Gerät folgt natürlich auch ein Review und weitere Videos. Wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, wie immer, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich werde versuchen, das zu beantworten. Beziehungsweise vielleicht mache ich dann sogar ein extra Video dazu. In diesem Sinne, ich sage nochmal Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.